Willkommen zu einer neuen Runde Let's Battle. Heute battleen wir mal Castle Crashers wieder mit der Tani. Mit ihr habe ich ja schon das LPT quasi gemacht, das Let's Play Together. Und heute machen wir eine Runde Arena und anderen Gedöns. Genau, hallo erstmal. Hallo Tani, ab in die Arena mit dir hier. Okay, gut. So, dann wählen wir mal unsere Standardcharaktere aus. Das Level hat ja nichts zu sagen. Die Charaktere werden auf einem Level quasi hinauf- oder herabgestuft, je nachdem. Und, hast du eine Flagge ausgewählt? Nein! Dann wähle ich eine Flagge aus. So, was haben wir denn hier schönes? Kann ich, kann ich, aaahhhhhh. Äh, was ist denn das für ein Tier da drauf auf der... Äh... Nehmen wir. Etwas wie ein Zentau. Ja, das sieht so aus. So, es geht los, es geht los. Nein, 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 ich bin halt in Grau. Bist du in Grau, du hast eine graue Flagge. So, wir haben hier einen klassischen Arena-Kapp. Ja, das war mal wieder, Entschuldigung. Ich hab das beste Tier überhaupt, die Schnecke. Die Schnecke, du. So, bam. Oh, verdammt. Du hast mich gebämmt und so. Das fällt dir ein. Hoi. Hoi. Und wir sollen nicht zu nah an die Katze rein. Genau, die haut uns dann sonst ein bisschen weg und das ist nicht gut. Hahahaha. Sehr schön. Ja. Sehr schön, dann. Ja. Krieg dich? Ich weiß. Ahhhh. Nicht so. Geh weg, 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 weg. Können Sie bitte weggehen? Ne, ist gerade schlecht. Ahhhh. Ja, nee. Brutzel. Regenbogen. Brutzel. Brutzel. Brutzeltacke. Brutzelball. Ach, die ganze Zeit machst du keine Brutzeltacke im Melding. Ja, aber jetzt? Dann so, ja, jetzt macht die das auf, dann mache ich das auf. Also echt, wirklich. Aber es bringt mir auch nicht viel. Ich komme ja hier nicht vorwärts gegen dich. Du bist ja viel zu gut, ey. Ja. Ja. Du bist wesentlich besser als ich. Ahhhh. Ja, ich hole gerade auf, weil ich jetzt wieder Nahkampf mache. Weil zaubern ist ja nicht so mein Ding. Ich krieg dich, ich krieg dich, ich krieg dich. Ach. Nein. Nein. Ich bin übrigens das Pinke, falls du den das so wenigstens nicht gesehen hast. Wer hätte was anderes erwartet? Ich meine, ich spiele zwar Jameisnix Topmodel, aber das heißt nicht, dass ich dir auch ein pinkes Ritterchen nehme. Habt ihr das gesehen? Habt ihr hier was? Was denn? Den Elektroball mitten in deiner Fresse. Nee, hab ich nicht gesehen. Schön aus der Luft. Bums. Bums. Ja, genau. Pinguin-Tacke. Ich sterbe ja. Ja, das ist gut. Das ist sehr gut. Eben hatte ich gewonnen in der Testrunde. Ah. 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 Geh weg. Weg. Ah. Nein. Rutzelball. Auch auf die Katze. Ah. 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 Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Geh weg. Gehen Sie bitte. Nee, jetzt ist grad schlecht. Es ist Belästigung. Na und? Auf jede Art und Weise. Auf jede Art und Weise. Auf jeden Fall. Geh weg. Weg. Mach selber. Stirb am besten gleich. Nein, 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 nein. Sterben Sie bitte. Nein, nein, nein. Sterb selbst. Wie heißt das? Stirb selbst. Ja, danke. Oh, verdammt. Hab ich... Ach, ich dachte ich hätte gewonnen. Ja, ich hab dich geköpft. Ja. Oh mein Gott, das ist knapp. Guck, wie knack das war. Ja, voll knapp. Voll knack. So. Haben wir die erste Runde erfolgreich bestanden? Willst du jetzt eine Flagge auswählen? Ja. Aha. Ich bleib bei meiner Dreieckflagge, die hat mir Glück gebracht. Noch nur so ein bisschen viel. So. Jetzt sind wir hier bei Schnellzielen. Das ist total befeuern. Irgendwo auf der Map hier können gelbe kleine Pfeile spawnen. Wir können uns nur mit Pfeilen attackieren. Was anderes geht nicht. Je mehr Pfeile wir einsammeln, umso schneller können wir uns bewegen, umso mehr Schaden machen wir und umso schneller können wir auch schießen. Oh, ich mach immer hier. Oh, ich war ja verkehrt. Was denn? Was willst du denn? Ich mach immer R. Ja. Und? Da. Ähm. Wie hieß es hier, Glutschjockenball? Ja, ist ja auch Eis. Ja, aber es war vorhin noch nicht. Ne, es war eine andere Map. Ach so, sind sie zufällig? Ja, die sind zufällig. Was? Ich hätte gern die... Meins? Ich hab aber Schaden. Ja, ich nicht. Oh. Weg. Weg. Oh. Ja gut, rumschmeißen geht auch noch. Hey, gehen Sie bitte. Nee, ist grad eher schlecht. Ah. 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 Ich will in der Gegend rumschießen. Das ist meiner. Das ist nicht meine. Aua. Das ist auch meiner. Danke. Aua. Aua. Gehen Sie bitte. Aua. Und du läufst an der Kirsche vorbei und ich auch. Verdammt. Das ist auch ein bisschen rutschig, Doofmann. Ja, aber nur ein bisschen. Guck mal, ich zeig dir mal. Ey. Pfeil of Doom hier. Pfeil of Doom. Nein. Verdammt. Ja, nein. Ja, nein. Vielleicht. Oh, gut. Mir ist recht. Oder beides. Ah. Da. Da. Nein. Nicht wegblinzeln. Wieso nicht? Aua. Mach mir gar nicht wahr. Verdammt. Jetzt Aua. Oh, das verliere ich ja wieder. Ja. Banane. Ja. Nehst du eine Banane? Nein, nein. Ich weiß gar nicht. Aber Apfel. Apfel immer. Immer. Das ist meiner. Das ist meiner. Das ist meiner. Wer hat den jetzt? Klar. Das ist meiner. Ich nehme den hier. Okay. Ja, findest du das okay? Ja, ist okay. Gerade so. Ah, was geht denn? Du läufst auch noch rein. Ich bin voll peckerrutscht. Ich bin voll peckerrutscht. Geh mal hier eine Banane essen hier. Weil das ist böse. Äh, ja. Geht gerade nicht. Ich nehme die Apfel. Nein. Hast du ihn bekommen? Ja. Geschwalt. So. Aha. Aha. Ja. So, zwei, zwei, zwei. Nein, nein. Ja. Null. Stirb. Ah. Meiner. 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 So. Ey, ich habe voll gedruckt. Ja, ich auch. Oha. Ja, Treffer. Und gleich, gleich ist er da und 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 gleich doch. Ja. Ja. Nein. Doch. Oh nein. Vorhin war das viel knapper. So. Schatz ausbuddeln. Überall auf der Map sind kleine Kreuze und wir dürfen die Schaufel benutzen, um die Schätze auszukramen. Der, der Schatz einsammelt, fügt dem anderen quasi Schaden hinzu. Und manchmal ist es ein bisschen schwierig mit dem Kreuzchen treffen. Überhaupt. Ja. Und man kann hier auch kleine Oscars oder sowas einsammeln. Auf jeden Fall irgendwas. Oh, schön. Und so ein bisschen können wir, wenn wir nebeneinander stehen, uns mit den Schaufeln wehtun. Ah. Das ist jetzt nicht unbedingt viel. Und es kommt nicht immer so eine Goldfontäne hier raus, sondern nur manchmal. Ne, manchmal kommt auch nur ein Steinchen raus oder eine Goldmünze oder so. Genau. Das ist kein Kreuz, das ist nur Gas. Aber hier. Yay. Ein Diamant. Hier. Bude, bude, bude. Oh oh. Wow. Das wird jetzt Hammer. Zwei von T noch einmal. Wow. Und alles hier einsammeln. Und man kann doch nicht so genau sagen, wer nun in Führung liegt. Ich glaube, das ist im Moment ziemlich ausgeglichen. Ich guck grad gar nicht. Yay. Dann sammeln wir erstmal. Noch mehr davon. Es bringt immer was, das des anderen aufzusammeln. Genau. Ist immer gut. Besonders wenn man da dann auch noch hinfällt und so und der andere dann die Möglichkeit hat, das was der andere egal ausgekramen hat, einzusammeln. Ich treffe heute nicht. Ist schlecht. Oh, jetzt mach doch mal hier so. Ah. Bist du noch? Ah. Und meins, 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 meins. Nein, nein, meins. Das war voll meins. Das hab ich ganz alleine ausgegraben, ey. Das war voll schwer und so. Du nimmst es mir weg. So. Das hat jetzt voll gebracht. Du bist ja ein Fiesling. Aber ich bin richtig gemein. Nein, das... So, zwei Diamanten, drei Diamanten, vier Diamanten, fünf Diamanten, fünf Diamanten, und das ist jetzt ordentlich Schaden dadurch kassiert. Der Tisch. So, was hier drückt? Eine Münze. Super. Und hier? Du hattest doch schon eine von mir. Es reicht doch voll. Ja. Na und? Ey. Tu mal, du mal. Wow. Ich treffe das Kreuz nicht hier. Ja, das kenn ich das bei mir nicht. Und, 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 und. Es wird sehr knapp, es wird sehr knapp, es wird sehr knapp, es wird sehr... Hehehe. 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 Ich hab gewonnen. Ja, du hast gewonnen. Yeah. Herzlichen Glückwunsch. So, und einmal hier die... Musculus. Genau, Musculus-Runde. Genau, vielleicht erinnert ihr euch, man kann im Spiel Toast essen oder ein Sandwich und dann wird man, äh, Mookie-Man. Genau. Und zu sagen, hier geht das nicht ganz durch Toaste, sondern du musst die Hühner umarmen, nennen wir das mal so. Hühner-Kuschel. Und dann kannst du das Schaden aufmachen. Ah, nein, geh weg, 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 weg. Ich demonstriere das eben mal. Aha. Das klappt. Warten Sie mal. Wenn wir uns so attackieren, das geht nicht. Ah! Wir haben auch keine Waffen dafür. Ah, nee, nee, ist grad schlecht. Ist grad schlecht. So. Hühnchen berühren. Ich drücke mit falten Tasten. Ah! Ja. Dattacke! K-k-, K-k-k-k. Ja. 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 Jaut man x3 Nein, 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 nein. Verdammt. Na, nein, 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 nein. Ab. Non, non, nein, 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 nein. Je byłaren. Ja, okay. Muskel-Power. Ja! Ich hab vergessen zu drücken. Je, ich hab dich weggeschissen. Ich hab gleich weggeschossen. Ja, aber nicht mich. Ach so, gut. Das ist also nicht gut. Oh Mann. Ich will das Hühnchen. Verdammt, Power. Nee, ist nicht. Doch, so. Hühnchen-Power. Oh, Gutfried, oder wie? Ja, manchmal. Verdammt. Jetzt wissen wir, was auf dem Toast drauf ist. Da ist Hühnchen drauf. Deswegen werden sie so stark. Nein. Ich bin genau in dem Moment dann schwach geworden. Das war von unfair und so. Weißt du? Ah, gut. Das sieht nicht gut für mich aus. Nee, nee. Ey, bleib hier jetzt auch. Hattacke. Ah. Yay. Verdammt. In der Probe habe ich das nicht einmal hingekriegt. Ah. Oh Gott. Komm schon, kleines Hühnchen. Komm schon, kleines dickiges Hühnchen. Komm her. Komm schon, Mann. Kuschelhühnchen. Yay. Synchron muskulös sein. Wie das aussieht. Ein du, ein ich. So. Scheiße. Ja, wir hauen daneben. Ja, ich glaube auch. Okay. Das hier. Ich nenne das hier. Attacke. Ja. Aua. Hau ich überhaupt? Ja, volle Möhre. Woa. Geh weg, 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 weg. Aua. Au, zu. Au, schneller. Oh, Mann. Au, mehr. Nein, das war mein Hühnchen. Ich habe es genau gesehen. Nein, ich will weg. Aaaaaa. Ja, genau. Stoß mich weg. Da habe ich bessere Chance, hier wegzulaufen. Aaaaaa. Ja, tut mir leid, das wollte ich gar nicht. Aaaaaa. Ja. Ja, jetzt findest du das voll lustig und so, ne? War ja klar. So, jetzt haben wir 2-2. Jetzt brauchen wir noch eine Entscheidungsrunde. Dafür gehen wir jetzt mal ins Hauptmenü zurück. Es gibt doch ein Spiel, das ist wundervoll. Das ist absolut das absolute Highlight. Wundervoll. Nennt sich's Essen, so viel es geht. Und das ist ja genau mein Thema. Genau. Das kann ich nämlich sehr gut. Denk dran, A zu drücken, wenn dein Essen hier ist. Ja, ist gut. Ne? Dann wirst du ja sehen. So, unten kann der auswählen, genau. Und dann geht es gleich los. Wir müssen abwechselnd X und Y drücken, um dann das Essen aufzuessen. Wir drücken schon mal vor, bevor es losgeht. Das ist quasi Radfahrtsrennen für große, ach nee, Sandern war das ja. Das war Sandern, ja. Aaaaaa. Oh Gott, oh Gott. Komm schon, schneller. Oh Gott, oh Gott. Schleere. Was auch immer, was auch immer. Wie schnell isst du denn? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Werne, meine Birne, meine Birne, meine Birne, meine Birne. Was? Meine Birne. Durch der Kopf. Ja, manchmal. Man muss mich aber lachen. Das war so gewollt. Ah. Du liegst im Führung, verdammt. Das gefällt mir nicht. Im Führung. Das ist anstrengend für die Finger. Wirklich mit zwei Händen, so zwei Knöpfe. Das ist anstrengend. Du bist schon bei der Banane. Nein, nicht bei der frittierten Banane. Wie zerfetzt du denn eine Banane? Meine Arme. Ich bin auch bei der Banane. Ah! Oh Gott. Oh Gott. Ja, die Tani hat erfolgreich gewonnen. Ja! Und ihre Arme tun weh. Oh, ihr klingt waff. Ja, genau. Genau mein Spiel. Genau dein Ding. Niemand kann das so gut wie du. Essen kann ich super. Aber bist du ja gar nicht dick? Doch, doch. Nein. Ich bin doch ein Zwerg. Nein. Doch. Nein, bist du nicht. So, hätten wir das auch geklärt. Ja, das müssen wir jetzt hier nicht ausdiskutieren. Ja, also wirklich nicht. Jedenfalls, du hast gewonnen. Ja. Herzlichen Glückwunsch. Du hast wieder mal gewonnen in deiner Siegesträne. Oh, bist du schwitzig. Ja. Ich hab dir gerade keine Hand geschüttelt, weißt du. Und ich schwitze ja hier, weil ich hier so total angestrengt bin von diesem Essen. Ja, dass wir es nicht geübt sind. Ja. Ist ja natürlich doof, ne? Ja. Essen ist ja schon mein Ding, aber nicht so wie bei dir anscheinend. Nee. Nee, auf gar keinen Fall. Nee, also das ist unvergleichbar. Und selten geht Essen so sehr auf die Arme. Das stimmt sogar. Ja. Ja. Gut. Dann war es das auch schon von der dieswöchigen Let's Battle Folge. Und? Das ist ja schon das letzte Let's Battle in diesem Jahr, was? Ist es? Ist es. Würde ich es mal? Tatsächlich. Ja. Also wünsche ich euch einen guten Rutsch. Ja, guten Rutsch. Esst viel, aber auch nicht zu viel. Trinkt nicht so viel, wie ihr könntet. Kraftt so viel, wie ihr könnt. Ja. Und ja, dann sehen wir uns nächstes Jahr. Nächstes Jahr zu neuen Let's Battles. Richtig, mit mir. Damit ich wieder mal gewinnen kann. Vielleicht auch mit einem von euch, wenn ihr dazu Lust habt. Das müsst ihr halt mir nur Bescheid sagen. Mhm. Naja. Und vielleicht kann ich auch mal dazu überreden, ein Let's Battle mit irgendwem zu machen. Gerne. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns dann in den nächsten Jahren zu einem neuen Let's Battle. Auf dann. Tschüss. Tschüss. Tschüss.